So, das sind die Sieger des heutigen Abends, ManPhysik 1.203, Spürus. So Jungs, jetzt geht's noch mal um die Extranpost. Vordelndrehung nach rechts. Vordelndrehung zurück in der Sicht. Vordelndrehung nach rechts. Und zur Fronten Sicht. So Jungs, die Kampfleiter sind super nett, ganz ehrlich. Wir wechseln die 56, mit der 74 einbeinigen Platz. Vordelndrehung nach rechts. Vordelndrehung zurück in der Sicht. Vordelndrehung nach rechts. Und nochmals, die Vordelndrehung zur Fronten Sicht. Dankeschön, meine Herren. Der Sieger, der Gesamtsieger wird gleich auf die Bühne gehen. Moment, ich bin gut. 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 So, der Gewinner steht fest, 5 zu 2 am Richterstimmen, also ein relativ eindeutiges Ergebnis. Gesamtsieger des heutigen Abends ist die Startnummer 69. So, Gratulation und noch den Brutschein von der Joanna. Ein Fotoshooting. Alles gut. Dankeschön. So, das war die erste Runde des heutigen Abends. Wir sind ein paar Minuten zu spät.